Hallo und herzlich willkommen bei Sprachkuko Deutsch lernen auf Patreon. Ich heiße Patrick und ich bin Deutschlehrer von Beruf. Hier auf meiner Patreon-Seite könnt ihr Deutsch lernen oder eure Deutschkenntnisse einfach weiter vertiefen. Welche Vorteile habt ihr, wenn ihr euch für eine Mitgliedschaft entscheidet? Wenn ihr euch für eine Mitgliedschaft auf Patreon entscheidet, könnt ihr mir alle Fragen zur deutschen Sprache stellen und ich werde dann ein Video für euch machen und eure Fragen beantworten. In einem Monat werde ich zwei Videos für euch hochladen. Zu diesen Videos erhaltet ihr dann einen exklusiven Zugang zu Online-Übungen, die ich zu den Videos für euch erstellen werde. Außerdem erhaltet ihr exklusiven Zugriff auf den Community-Chat, wodurch ihr die Möglichkeit habt, euch mit anderen Deutschlernern und Lernerinnen auszutauschen. Denn zusammen lernt man einfach noch besser. Darüber hinaus gibt es kurze Videos aus meinem Alltag. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, das authentische Deutsch zu lernen und nicht das formelhafte, wie es in Lehrbüchern oft der Fall ist. Darüber hinaus unterstützt ihr meine tägliche Arbeit und helft mir dabei, Sprakuko Deutsch lernen zu fördern. Aber auch Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer des Deutschen als Fremdsprache profitieren von einer Anmeldung auf meiner Patreon-Seite. Einige von Ihnen wissen vielleicht, dass ich auch Unterrichtsmaterialien konzipiere. Wenn Sie sich für eine Mitgliedschaft entscheiden, erhalten Sie alle Kopiervorlagen und Arbeitsblätter auf meinem Blog ohne Wasserzeichen. Außerdem erhalten Sie jeden Monat zwei neue Kopiervorlagen oder Arbeitsblätter ohne Wasserzeichen, die Sie als PDF-Datei abspeichern können und jederzeit herunterladen können. Außerdem erhalten Sie elf Kopiervorlagen als PDF-Datei, die Sie in A1-Kursen als Wiederholungsmaterial einsetzen können, obendrauf. Ich freue mich auf jeden Fall über jede einzelne Anmeldung, denn damit würdigen Sie meine tagtägliche Arbeit, wodurch Sie mir ein bisschen mehr Antrieb noch geben und mich natürlich auch sehr stolz machen. Ich freue mich, mit Ihnen Deutsch zu lernen oder zu unterrichten und sage erstmal Dankeschön und bis bald! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!